... ... ... Okay, let's go. Käsesstangen sind gut, Cap. Hallo, du krasse Legende. So... Holy schmuley, Leute. Was war das denn? Let's go. Isl quatscht in mein Shazam und dann kommt was anderes als das gesuchte Lied. Shazam! Eh, der Song heißt Ambrosias. Von Eric, The Architect und äh... Channel Tress. Mutts. Na, Leute. Wilde Swingerin. Schmutz hängengeblieben. Das hat sie gut gemacht. Was hat sie gut gemacht? Ich hätte ja wieder reinspringen müssen. Wie kann man denn mitspielen? Ausrufezeichen mitspielen, Lena. Bedankt. Gebittet, Sarah. Surprise, surprise. Okay, so sieht es aus. Oh, flauschig. Holy schmoly. Schön, dich zu sehen. Wie geht es dir genau hier? Einmal ganz knapp an den Wimpern vorbeigeportet. Ich glaube, sie spielt... Beobachten und zuschlagen. Sie ist so eine Ninja-Nöse irgendwie. Sackgasse auf jeden Fall am Start. Bestärkung, ne? Wir müssen hier erstmal weggehen. Ganz kurz. Wir machen gleich den Anhoog, aber wir warten erstmal, bis wir vollgeheiz sind. Wir machen gleich den Anhoog, aber wir brauchen den Anhoog, aber wir brauchen den Anhoog. Stark, 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 stark. Sehr geil. So, dann gehen wir hier rüber. Komm, 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 Loverly. Loverly AFK, das ist nicht gut. Schön, 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 Heilung. Starker Chase von Cap. Schwierig, 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 Leute. Schaffen wir. Sieben, sechs, fünf, drei, blink und weg. So, dann gehen wir zu Cap. Cap braucht unbedingt Heilung. Sechzehn Sekunden Heal. Loverly zieht den Killer komplett weg. Okay, 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 okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mid-Gen dürfte direkt angehen. Das ist strong, Leute, das ist strong. Wir spielen das richtig gut. Der Anfang war ein bisschen schwer. Wir kommen richtig gut zurück. Cap muss jetzt nur ein klein wenig aufpassen, ne? Ah, ob Lela den Jen in der Mitte fertig bekommt, ist die Frage. Und die Antwort ist es auch. Okay, let's go. Dann machen wir den Jen jetzt hier vorne. Sackgasse kickt halt ein klein wenig, ne? Mir geht es sehr fein soweit. Bisschen Auszeitgenossen. Das gibt Energie. Yeboikus. Danke dir von ganzem Herzen, Mann, für dein Follower. Und herzlich willkommen bei uns im Zirkel. Wie geht's dir denn, Mann? KPM ist besser. KPM ist besser. Why don't you play KPM? Who is KPM? Was ist KPM, Leute? Problematisch, Leute. Wir müssen auf die andere Seite gehen. Oh, okay. Alles klar. Das war knapp, Leute. Das war scheißknapp gerade. Jetzt müssen wir den Killer aber komplett zum Map ranziehen. Smart spielen. Let's go, bitch. Ah, das war ein guter Blink, Leute. Und Adrenalin. Komm schon, komm schon, komm schon. Adrenalin. Labern die. Push it. Push it to the limit. Okay. Let's go, let's go, let's go. Wir können aber auch schon nochmal hängen. Das ist gar kein Problem. Wir müssen jetzt nur genug Zeit kaufen, dass die Exit Gates aufgehen können. Wahrscheinlich no way out. Over blinkt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fucking no way out. Ja, Schmutz. Eine Minute no way out, Leute. Außenrum faken und dann innen reingehen. Das hier wird ein schwerer Juke. Oh, shit. Ich dachte, sie blinkt vielleicht ein bisschen drüber. Hat sie gut gemacht. Aber wir haben trotzdem genug Zeit, Leute. Wir hängen eine Minute. Stark, stark, stark. Richtig gut. Richtig gut. Absolut sick, Leute. Das, wie wir reingekommen sind ins Game. Kommt bitte mit, heißt KBM. Okay. Kilobyte pro Monat, KBM. Dennis. Oh, shit. Wo, 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 wo? Wo Exit Gates? Wo Exit Gates? Crazy shit. Wenn wir jetzt alle vier hier rausspazieren, Leute, dann ist das hier eine verschissen, legendäre Runde, Leute. Du bist so frech, Cap. Du bist so frech. Holy schmoly. Leute, ich will nur mal anmerken, der Killer hat acht Hooks, ne? Acht Hooks. Das ist gut. Wir haben die Hooks nur so schön verteilt, dass er keine Kills dann dadurch bekommen hat, ne? Das Exit ist am Ausgang. Danke, Miss Shield, ja? Warst du beim Augenarzt oder hast du gleich Gehirn auch durchchecken lassen? Oder wie ist die so? Ich weiß nicht, was KBM sein soll. Die wusste, was sie tut. Fair? Absolut fair. Sie wollte auch nicht tunnen, wollte auch nicht campen. Da hätte sie auch noch mal was rausholen können. Da hätte sie auch noch mal was rausholen können.